Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das geht alles so nicht mehr. Aber das weiß er. Ich weiß. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Druck einen Spaß haben. Ne? Also eigentlich alles total cool. Bis hier ist ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Krankfügigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss um 8 Uhr im Standesamt sein. Kennst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich sehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfotze, dann Rosentenkönig und Kaviernutte beschimpft hat. Und dann versucht er, ihn zu beißen. Frank, beiß nicht. Ey, Frank, Mann. Was ist los? Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen. Oh! 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 Sicherheitsleute, komm! Lauf in eine Richtung hinten raus! Fuck! Und's Maul, Scheißwotze! Oh! Oh! Lukas Gregorowitsch und Moritz Bleibtreu. Alexandra Neldl. Also wenn du jetzt sagst, du um Fickgut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring und Juan Mono Junior. Ja, du hast Nerven, eine ungefickte Wahl! Sag mal, ist das haschisch? Und Elmar Wepper. Ja. In Lombok. Sag mal. Sieht doch top aus, was willst du denn? Super. Demnächst im Kino.